Ich will deine Eltern kennenlernen und deine Schwester. Nicht doch. Willst du nicht meine Brüder und meine Schwester kennenlernen? Sie wollen dich nämlich kennenlernen. Ja, das glaub ich gern. Oh, scheiße. John. Ja? Ich kann dich noch nicht reinlassen, es ist zu früh. Nein, ich weiß noch nicht, was zwischen uns ist, weißt du. Ich kann das erst, wenn ich weiß, dass es was Ernstes ist. Es ist doch echt viel besser, wenn es was Ernstes ist, ha? Ja. Wie wäre es, wenn du zur Abendschule gehst, Baby? Was? Ja, komm schon. Nur einen Abendkurs. Nur einen Abendkurs? Dann machst du einen Abschluss. Es wäre so sexy, wenn du einen richtigen Job hättest. Was hältst du davon, wenn wir mit unseren Freunden mal gemeinsam ausgehen haben? Oh, ja. Ja? Und dann von mir hin treffen, ja? Ja? Ja. Und du belegst einen Abendkurs für mich, Baby, einen kleinen Kurs. Oh, ja? Ja? Ja. Komm schon, Baby, komm. Komm. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon. Ruf mich an.